Die sind jetzt schon irgendwo gespawnt direkt, oder wie? Ja, die sind schon gespawnt. Und das werden immer mehr? Das werden immer mehr. Das ist ja toll, weil wir so gut klarkommen. Egal, ich bin grad ziemlich zivi. Ich hoffe grade zur... Also das... Brückenweg. Ich hab irgendwas auf... Ach, hier gibt's Loot? Ja, hier gibt's Loot. So, du... Hast du schon Waffen? Ich hab keinen Loot gefunden. Du bist? Ich glaub, Feli ist ne Möwe. Ich hab nur ne Line-Fusion, aber damit kann ich niemanden töten. Ich bin auch ne Möwe. Ich bin unterbeschoss. Was, du bist unterbeschoss? Ich hab geschossen. Wieso sind die beiden Möwen wasch? Andi, wo bist'n du? Wir laufen in Häusern rum. In den kleinen blauen Haus? Was ist das denn? Jetzt so... Warum ist dein Möwe? Keine Ahnung. Soko, hier. Was, was, was? Was, was? Fuck. An dem Spiel nicht beitreten. Ich fliege irgendwo in der Gegend rum. Mal hier. Man down. Set in Action 4. Da brauche ich jetzt die ganzen DLCs, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Oh, danke. Und ich hab noch mehr Magazine. Oh, direkt neben mir. Ich hab einen mit der Pistole erschossen. So, können wir jetzt mal gucken, warum die beiden Möwen sind? Ähm, ja, ich warte, ich starte einfach mal. Ich deck dich mit der Pistole. Straße runter. Ähm, warte, scheiße. Ich konnte gar nicht so neu starten. Wie waren das noch mit dem Neustarten? Ähm. Direkt gegenüber. Super. Okay, abbein. Fuck, der andere ist irgendwo in Richtung... Ähm, das ist... Ich hab keinen Kompass. Das bin ich nicht gewohnt als Armer. Ich hör mal die Waffe von dem einen, den ich gerade verknallt hab. Oh, fach, 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 fach. Ja, das tut nichts. Die Pistole ist geil, den du mir gegeben hast. Ich hab schon drei Kills oder so. Ähm, ja, ich glaub, ich muss jetzt hier mal neu starten oder so. Jetzt Exit. Ja, musst du, denn das kann nicht sein, dass ich hier gut bin. Ja. Oh, das geht hier direkt weiter. Mist. Äh, hier liegen ein paar Menschen... Waschbär! Lebt ihr jetzt alle? Offensichtlich nicht. Ich kann mir sagen, wie die Mods geht. Ja, mit Waschbär musst du die auch entzellieren, glaub ich, oder? Ja, ich muss die auch entzellieren. Was denn für ne Mod? Ich würde die nicht alle entzellieren, damit... Weibliche Köpfe. Katze? Ist doch völlig scheißegal. Stehst du vor im Haus? Der Sandsack fällt doch um! Wo bist'n du im Haus? Komm, Flugzeug! Flugzeug heißt das ein Kleine? Ja, komm mal runter, Katze, oder wo bist du ohne oben, oder? Ich lauf nach außen rum, wenn das okay ist. Komm mal runter hier. Wo ist meine Pistole des Todes? Wo ist meine Pistole des Todes? Oh, unter Beschuss, unter Beschuss! Kannst du dieses Ding aufheben? Dieses Ding? Ne, hier, das, was hier platziert ist. Move up, down, kick up. Wer ist das? Gerd! Da ist nichts passiert. Gerd, ich will nicht sterben! Gerd! Gerd! Du bist der einzige mit Waffe. Nein, ich habe keine Waffe, das war im letzten Spiel. Ich kann die Steuerhaut noch da. Oh nein! Tobi ist tot! Wo seid ihr denn? Ich kann die Steuerhaut nicht, ich weiß nicht wie ich was aufhebe und gar nichts. Ich kann neues bauen. Äh... Oh scheiße. Ich muss die Steuerhaut abdrehen. I wie Inventar. Ja, wir müssen... I wie Inventar. Musst du jetzt 10 Minuten warten? Ja, ich glaube ich muss jetzt 10 Minuten warten für Respawn. Wave 3. Oh. Ich stecke fest, bewegt euch Jungs! Nein, bleibt da, bleibt da! Ja! Wieso? Du hast du ne Waffe. Weil wir... Achso, ich dachte... Weil er von Anfang an spielen, nicht wie wir. Fehle ich ne Waffe? Oh, Kompass. Ihr könnt euch Kompass nehmen. Andi? Wo bist du? Du hast gesagt, ich soll nicht rauskommen. Ja, komm runter. Komm nicht raus, wo bist du? Die Pistole des Todes. Ja, die Leichen kommen durch die Decke. Feli, ich kann dich erschießen oder beschützen, wie du willst. Warte, ich hab hier ne Waffe für dich. Okay. Danke. Äh... Okay, Inventar, das da nehmen. Okay, jetzt hab ich die, aber Munition find ich irgendwo anders. Du müsstest da Munition mit bei haben, oder? Aber wie? Eine. Eine? Wir müssen ja das Waffen finden. Wo seh ich denn das? Irgendwas Granatenmäsiges. Oh, greif ich. Wo schießt es? Wo schießt es? Direkt am Haus. Wo? Nimm dir hier mal den... Einer ist tot draußen, die Waffe können wir holen. Ich hol mir die Waffe von dir. Wo? Ist im Haus, ich bin tot. Ich komm. Ich komm. So? Auf Weg. Krabbeln ins Inventar legen, oder so? Äh... Sandbackbarrikade... Procuse. Wo kommen die? Wissen wir nicht, ne? Läuft einer mit einer Sandbarrikade? Ja, ich hab die Sandbarrikade in Hand. Okay. Überhaupt nicht verwirrend. Wow, die schießen schon. Von wo, von wo, von wo? Ich hab eine Seite auf mich gerade zugemacht. Ach ne. Ach, das war Tobe. Ich hab die nicht erschossen. Ja, die kommen von vorne. Ich wollte, aber ich hab... Habst du mich jetzt erschossen? Nein, ich wollte, aber ich hab's nicht. Aber Tobe steht tot. Ja. Ja. Ich versuch jetzt sowas, sowas wie flankieren, versuch ich... Ach, aber wie war das jetzt mit Wasser? Was war jetzt die Waffen? Ja, draußen sind die Waffen. Einer down. Du ja zu mir gekommen bist aus irgendeinem Boden. Ja, ne. Du soll komm und runter kommst gleich, wenn ich das nächste Objekt hab oder so. Okay, drei down. Fuck. Ich wollte nicht rausgehen. Aua. Ich war immer noch im Haus. Ich bin nicht. Hier down. Wo bist du, du Pisser? Ich seh den nicht. Vorm Haus. Ja, irgendwo beim Haus muss es nicht sein. Du kommst von der anderen Seite. Ich hab keinen Kompass. Nein, ich hab keine Munde mehr. Ah, verdammt, nachladen. Im Haus, im Haus. Im Haus? Ja, im Haus. Ja, kommt rum zu mir hier. Ja, ich seh ihn. Nein, es ist einer im Haus. Einer ist einer im Haus. Einer ist einer im Haus. Ja, einer ist einer im Haus. Alter, wie sind denn das? Ja, Taste. Ich hab bis hier... Ist klar, dass ich schon wieder die ganze Welle alleine kliere hier. Ja, ich hab mir einen Fehler gemacht, rauszugehen. Ja, aber ich betone, dass ich es bin, der Leier trifft. Katsu, du musst dich nicht respawnen lassen. Du kannst einfach liegen bleiben. Alle tot? Ja. Ich hoffe, jetzt startet es bei... Es kam von zwei Seiten. Es kam von zwei Seiten. Aber ist nicht meine Leiche auch irgendwo? Nein. Kann mitspielen. Ich glaub, das muss mir keinen Spaß. Nein, musst du nicht. Aber... Ja, schön. Ich kann dir das... Lass uns das mal mit den Sandbarrikaden probieren, Katsu. Also bislang hab ich auch noch nicht einen einzigen Gegner getötet. Äh, ich hab nur ein Magazin irgendwie. Mehr krieg ich auch nicht. Aber ich hab schon mal nen Gegner gesehen. Kannst du, lebst du noch? Bist du noch im Spiel? Ich hab dir noch ne Pistole. Ich bringe ne zweite Pistole mit. Komm mal mit runter. Hast du ne Waffe? Blau? Tobe? Ich hab nix, ne. Hier, 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 warte. Doch, auf dem Boden liegt doch einer. Ja, ich hab nur 13 Schuss. Wo liegt da einer? Ja. Warte, Kallen. Kannst du... Kannst du? Wo bist'n du? Oh, hier ist er irgendwie so... Warte, da. Hä, wieso kann ich keine Waffe auf dem Boden legen? Wow, weg hier! Ja, geh mal um die Ecke. Hier drin ist der Waffe, hier drin ist ne Waffe. Äh, ja. Und guck mal, ob du die Sandbarrikade hochheben kannst. Sogar zwei Waffen. Und du ruckst, dann kannst du die auch nehmen. Alter, ich hab einfach mal ne Maa. Ne Mausrad, ne? Draußen sind die... Alter, die Maa ist one-hit-killed, kann das? Also kannst du spawnen damit, ja? Ja, move up, aber irgendwie macht das nicht. Ne, kannst du ja auch, ähm... Ah, Quatsch. Hat mich echt gekillt. Aufmunitionieren und beam. Aufmunitionieren, erstmal Waffen finden. Warte. Äh, hier liegen jetzt genug Leichen mit dicken Waffen rum. Äh, da lag noch eben ne Waffe drin. Ja, hab ich richtig gesehen, ja. Sind die Leichen? K95. Äh, hinten raus und dann hoch. Ich mag's nicht, im Haus zu sein, wenn die kommen. Ich auch nicht, aber ich will trotzdem das Haus verbarrikadieren. Damit ich das hier immer mal mag, im Haus zu sein. Leute, die wir erschossen haben. Haben alle Waffen. Ja, hat gefragt, wo die sind. Wann rechts, hinten, raus und dann Richtung... Keine Ahnung, welche Richtung das ist. Wir sind jetzt schon irgendwo gespawnt direkt, oder wie? Ja, die sind schon gespawnt. Und das werden immer mehr? Das werden immer mehr. Das ist ja toll, weil wir so gut klarkommen. Vielleicht kann ich mich mit meinem Helm schützen. Wirf einfach mit deinen Helmen nach ihnen. Schlag sie damit. Ah, die Weste, geil. Komm mal zu euch, vielleicht kann ich mir deine Waffe. Hier ist ein Rebreezer. Egal, kriegt trotzdem was. Das Tolle ist, dass meine Figur Soldaten sieht. Ich sehe es aber nicht. Ja, same. Oh, von neben dem Haus. Kommt ihr alle aus der gleichen Richtung, oder aus mehreren? Oh, kommt aus mehreren. Hab einen. Soldat, 100 Meter. Front. Wo kommen die denn? Hab noch einen. Super! Ist direkt beim Haus in zwei oder drei. Ich versuche immer zu euch zu rennen, auch wenn ich da... Auf welcher Seite vom Haus sind sie? Auf der rechten, wenn du auf dem Feld raus sitzt. Ich hab keinen vom Haus. Ich hab keinen vom Haus. Nice. Ist der einzige. Hintermaus, zwei. Beide down. Nice. Ja, geil. Wir haben es geschafft. Alter, die K95 ist geil. Ähm, will einen das Haus weiter ausbauen? Ne. Erstmal aufmunitionieren. Ihr könnt auch diese Crates hier runterkommen, ähm. Also baut, kommt jetzt an Barrikaden und baut jetzt das Haus rum. Ich weiß noch nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Nein, wie gut ist. Tobi, du bist eine Waffe. Ich weiß nicht, was für eine Waffe gut ist. Ich, ich finde keine Munition. Ich nehme einfach wieder so ein großes Maschinengewehr, das hat 200 Schuss, das hält, glaube ich, bis wir durch sind. Ah, bis wir durch sind. Hm. Ich weiß nicht, ob es diesen Punkt gibt. Ich geh wieder zurück zu meinem Haus, das war hübsch. Frank, mir das First Aid Kit nicht holen. Oder? Ja doch, ich muss hier rein, die Zeit ist jetzt rum. Ich hab jetzt einfach genau das an, was der Feind anhatte. Terrorist in common. Jaja, ich bin in einer dieser Ruinen, da hast du gut rundum Sicht. Oh, dann wieder von neben dem Haus, wo sie eben kamen. Zwei, drei und fällt hinten. Ein bei einem. Ähm, weiter rechts ist auch noch was. Weiter links auch. Meine ich ja. Ach so. Da ist noch einer. Nein, noch nicht. Ist der im Haus? Okay, der links ist down. Nein, ich bin in einer Ruine neben dem Haus. So, ich leb wieder. Wieso? Mad Kit. Wie? Wie kannst du ein Mad Kit nehmen? Im Rucksack, man. Ich hab noch keinen Rucksack, ich muss reinpassen, selbst in das Wiper passt es nicht rein. Also relativ knapp am Haus schlappen. Beide links. Direkt hinter dem Gebäude, das blockiert mir die Sicht. Hinter dem Gebäude? Hinter der Ruine. Nehmen wir einen in der Ruine. Wasch, glaube ich. Oh, direkt da, von wo die anderen eben kamen. Da. So, da ist noch einer an der Mauer. Ja, aber irgendwer blockiert mich. Alle blockiert mich. Ahhhh. 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 Ohhhh. Ohhhh. Hallo. Inventory. Tobisch steht draußen oben und looted, sehe ich das richtig? Ja, ich krieg das mit der Munition aufheben nicht hin. Ich hab nie genug Munition, weil ich das nicht aufgehoben kriege. Ja, du kannst, aber du musst es deinen Rucksack legen und nicht Magazin auf Magazin. Du kannst ja nicht zwei Magazine in der Waffe haben. Dein Rucksack ist oben. Dann ist mein Rucksack vielleicht, ach so, in den Rucksack reinziehen. Ja, genau. Ahhhh. Ahhhh. Direkt vorm Haus. Direkt vorm Haus. Ich hab ein bisschen Panikrektion gehabt. Ja. Alter, vorm Haus steht ein Haufen Leute, aber zwischen den Palmen. Ich sehe Schande. Ich guck mal 15 Schuss. Fuck. Wird der alle tot? Ja. Echt jetzt? Ja. So liegt das, was? Ich lebe wieder. Ich lebe gleich wieder. Kommt einer Punkt. In der Hinterm Haus sind auch ne Menge Leute. So, oben. Komm ich rein. Komm ich rein. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin da nicht. Ich hab's geschafft. Jetzt entlegen das Haus. Nach vorne Tür zu. Quatsch. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Da liegt noch ein AK drin. Auf jeden Fall. Und oben ist noch AK Munition. Warte. Ich klicke auf der anderen Seite. Ich hab's mitgenommen, oder? Halt. Geh wieder zurück. Ja, ich klicke auf der anderen Seite. Da oben liegt einer. Oben ist ein AK. Oh Gott. Eben hab ich ihn nicht gepflegt. Ich hoffe. Okay. Jetzt geht's. Komm wieder hoch. Woah. Ich hab zu lange gebraucht. Die Waffe zu holzern. Direkt vorm Fenster stand einer. Okay. Vorm Fenster. Noch nicht so nachher. Noch nicht so nachher. Hinterm Haus ist voll das Gewusel. Gerd. Ich mach mich fertig. Aber ich geh jetzt nicht an die Fenster spawnen. Nee, wir gehen erstmal durchs Haus wieder clear machen. Das Haus sieht unten gut aus. Ähm. Du meidet unten die Fenster. Da draußen ist ne Party. Okay. Ich fand noch zwei Mad Kids. Ähm. Ich lieg unten. Aber pass auf dein Fenster. Das ist voll das Gewusel. Direkt von dem Fenster. Hinten. Ja. Locker drei Leute oder so. Hinten ja die ganze Zeit. Bei den Türen. Mich hat's erwischt. Ach, Patsch. Pass auf bei dem Fenster, Alter. Einer von einer von einer von einer. Ach, ich dachte das wäre einer von uns. Der ist direkt neben dir, was? Alter. Ich hätte da reingekommen. Ich hab keine Ahnung. Also wenn du Mad Kids hast, dann stehst du automatisch wieder auf oder wie? Du bist tot gegangen. Nein. Nein? Nein. Was sind wir noch? Kann ich nicht schreifen? Warte mal. Mad Kids hab ich noch. Ah, jetzt kam's wieder. Ja. 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 Du bist nicht ausgeblutet. Alle wieder da. Die kommen unten Stück für Stück rein. Ja. Ich halte mal diesen Durchgang im Blick. Ich hab die andere Tür. Was ist denn das für ein riesig großer weiter Grafikfehler davon aus? Das ist keine Grafikfehler, das ist ne Rampe. Das haben die gebaut den Grafikfehler. Ich guck jetzt aus dem Fenster. Was ist ein Grafikfehler? Ich guck hier hinten rum jetzt. Okay, aus dem Fenster ist klar. Guck mal, ob der Dicke hier nen Mad Kid oder sowas dabei hätte. Einer. Wurde Squad erschossen? Ja. Kommst du wieder klar? Nein. Das hab ich auch mitgekommen. Da ist einer direkt vor der Satzbarrikade. Zwei. Einer ist wieder drinnen. Ah. Wieso kommen die da rein? Drei. Wieso kommen die da rein? Weiß ich nicht. Die backen irgendwie durch die Tür. Ja. Die kommen jetzt von unten rein.